Ja, das wird wohlmöglich der letzte Teil sein von Super Mario 64 Let's Play Let's Help. Ich bin gespannt, ob wir den Bowser hier direkt schaffen. Und da ist er, die Musik genial. Mario, wie schön dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Ja, jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille, nämlich dich. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Ja, das hast du dir auch nur so gedacht, Freund. Moment, ich muss mal kurz hier ein Save-State machen, bevor wir jetzt abkacken. Ja, Bowser besiegen. Gleiche Methode wie immer. Aber wir tun das hier und müssen ihn dann in einem richtigen Augenblick gegen das Ding werfen. Nur, dass es diesmal nicht ganz so einfach ist, weil wir ihn diesmal dreimal dagegen werfen müssen. Und here we go. Nummer eins ist geschehen. Aber die Musik, ist das nicht geil, Leute? Und er macht so Druckwellen. So, Freundchen, jetzt geht's ja auch das zweite Mal baden. Und zwar da hinten. So, jetzt muss ich mal kurz die Kamera mittendrin wechseln. Ey, willst du mich... Nein, daneben! Duh! So ein Scheiße. Ach du Scheiße. Stimmt, die Phase... Kommt ja auch noch. Wo er hier alles wegbombt. So, hier mache ich jetzt ein Save-State. Ganz gemein. Wenn wir daneben treffen, machen wir einfach nochmal. So, komm! Daneben! Der hat gesessen, ja! Ja, boser, ne? Einmal noch ein bisschen Geschichte, dann haben wir dir aber ordentlich eins auf die Mütze gebraten hier. Ja, hau ruhig alles kurz und klein. Ist mir auch egal. Hast eh keine Chance. So, äh, Kamera... Oh, da. Ja, hier auch der Save-State wieder ganz wichtig, sonst... Treffe ich ihn da nicht. Sonst treffe ich ihn dann... Ja, das war's für ihn. Das war's mit Boser. Der Gute hat das Zeitliche gesegnet jetzt. Ihr seht schon. Boah, komm, wir gehen mal zu ihm hin. Wir fragen mir, wie's ihm geht. Ich glaub's nicht. Du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss. Zu finden? Ja, und die haben alle. Dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Friede zurück. In die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Ah. Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde so lang. Bis zum nächsten Mal. Ey, das ist mein Spruch. Ich komme wieder. Klauter hier erstmal unseren Spruch. Und da hat er noch den Oberstern für uns. Diesmal kein Schlüssel, weil wir müssen ja nicht weiter. Wir haben's ja geschafft. Der allergrößte, beste und Powerstern, der verleiht uns eine Flugkappe. Wir haben's geschafft, Leute. Das war's mit Let's Play, Let's Help Super Mario 64. Wir gucken uns jetzt noch genüsslich hier den Abspann an. Ja, da könnte ich auch mal wieder was sagen. Hier zu meinen nächsten Projekten. Banjo habe ich erstmal auf Eis gelegt. Aus dem Grund wegen dem Globo da. Ich wollte das hier eigentlich nochmal von vorne spielen. Werde ich auch noch machen. Aber habe ich im Moment keine Lust zu, Leute. Tut mir echt leid. Ihr werdet das auf jeden Fall noch sehen, das Banjo-Projekt. Aber im Moment nicht. Ja, ähm. Mein nächstes Projekt. Lasst euch überraschen. Wird wahrscheinlich. Morgen werde ich Videos hochladen dazu. Ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Ist mal was anderes. Ich habe aber auch noch dann ein Nebenprojekt, was ich noch machen kann eventuell. Ich habe so drei Dinger, die ich gerne jetzt machen würde. So, mal gucken, wie viel ich parallel mache. Lasst euch einfach mal überraschen. Schreibt mir, wie ihr es findet. Weil es ist wirklich mal was ganz anderes, als das, was wir bisher gespielt haben. Ja, ansonsten möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die hier meine Let's Plays schauen, die Mario schauen und, ja, die das jetzt hier verfolgt haben. Ganz herzlichen Dank für die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe und Bewertungen natürlich. Mit namentlichen Erwähnungen und so, das mache ich dann alles in dem Special auch nochmal. Dann wahrscheinlich, wenn ich da überhaupt hier hinkommen werde, in dem 100-Abonnenten-Special. Mal sehen, ob ich da überhaupt hier hinkomme. Wenn ich da nicht so schnell hinkomme in nächster Zeit, dann werde ich auf jeden Fall nochmal so ein Special machen. Mario, die Macht der Sterne ruht wieder sicher im Schloss. Ja, das soweit erstmal zu Dank sagen und so. Also da kommt in dem Special, werden nochmal ein paar Namen nicht erwähnt. Und alles Dank, vielen Dank, Mario. Ja, haben wir gern gemacht. Wir haben eine Überraschung für dich, was? Also immer gespannt. Oh, einen Kuss von der Prinzessin. Da schwebt Mario auf Wolke 7. Und da freut er sich. Ja, here we go. Hört alle her. Lasst uns einen leckeren Kuchen backen. Für Mario. Hey Leute, ist das geil, wir haben es geschafft. Mario. So, ich werde denke ich im nächsten Video nochmal so ein kleines Special-Video machen zu dem Spiel hier. Wir wollen ja noch unseren alten Freund besuchen, von dem ich euch ja schon erzählt habe in den letzten Videos. Da wollen wir auf jeden Fall noch hin. Hier jetzt der Abspann, da die scheiß Welt mit der Piratenbucht. Ja, ich hoffe euch hat das Let's Play auch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Auch wenn es den einen oder anderen Ausraster teilweise gab. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, Quick Save sei Dank. Ohne den Save hätten wir doch erstaunlich oder erheblich länger gebraucht. Ich hoffe ihr seid mir da auch nicht böse, dass ich da ein paar gesetzt habe oder ein paar viele. Naja, mir hat es auf jeden Fall echt super viel Spaß gemacht. Ah, hier sehen wir nochmal unseren Wiggler. Der dann am Ende irgendwie durch das Netz gefallen ist, weil ich auch nicht verstanden habe. Ja, die Vulkanwelt. Genießt einfach den Abspann noch ein bisschen. Am Ende sage ich euch dann nochmal Bescheid, wann ich den Cut mache. Oder wisst ihr was? Ich mache den Cut hier. Ja, ich mache ihn hier. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Abspann. Und dann mit, ähm, hoffentlich wenn er dann vorbei ist, mit dem kleinen Special. Also, bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer.